Um nun den Würfel zu lösen, müssen wir zuerst einmal die Centersteine von diesen beiden Würfeln richtig machen. Ich habe jetzt gerade nochmal diesen linken Würfel hier verdreht, um das Ganze zu verdeutlichen. Wir gehen von diesen beiden Steinen hier in dieser Mitte aus, denn diese kann ich nicht voneinander trennen. Die sind fest miteinander verankert, die geben also die Farbe von den einzelnen Seiten an. Auf dieser kompletten Seite hier muss gelb gebildet werden. Das heißt, ich brauche hier einen gelben Centerstein. Was ich machen kann, ist, dass ich einfach ganz normal diese Ebene hier so lange drehen würde, bis irgendwann mal hier dieser gelbe Centerstein ist. Um den Würfel hier erstmal wieder zu lösen, mache ich das Ganze richtig hier, müssen wir nun erstmal diesen rechten Würfel noch lösen. Dabei würde ich einfach mal so lange drehen, bis ein gelber Centerstein vorne ist. Das wäre jetzt der Fall. Nachdem wir erstmal hier beide Centersteine richtig haben, beziehungsweise es reicht gerade der Centerstein, den ich hier bearbeite, also diese Seite, sehe ich auch schon, welche Farbe hier unten hin muss. Hier unten muss ein grüner Stein hin, an diese beiden Positionen. Erst einmal löse ich hier, wenn ich den Würfel so halte, diese vordere Position und suche mir einen gelb-grünen Stein. Wie ich gerade sehe, habe ich hier diesen gelb-grünen Stein schon drin, nur falsch herum gedreht. Was wir in diesem Fall machen würden, ist, dass wir den Stein erstmal rausholen und dann richtig einsetzen. Wenn der Stein irgendwo anders ist, würde ich ihn in die obere Ebene bringen. Das zeige ich euch gleich noch. Erstmal bringe ich den Stein hier raus, indem ich den einmal nach oben drehe, sodass er auf der oberen Ebene hier ist. Und dann drehe ich ihn nach links zu diesem anderen Würfel hin, denn hier ist er gesichert. Wenn ich dieses Center-Stein wieder runterbringe, um das hier mit bündig zu machen, passiert bei diesem Stein nichts. Der ist in Sicherheit. Jetzt habe ich schon mal den Stein von hier unten rausgeholt erstmal, sodass er hier nicht mehr drin ist, sondern erstmal auf der oberen Ebene. Und nun versuche ich ihn richtig einzusetzen. Was wir dafür machen ist, wir drehen den Stein erstmal ganz einfach über dieses Center-Stein, wo wir ihn gleich einsetzen wollen, also hier unten. Einfach hier oben drüber drehen, so. Würden dann die beiden rechten Ebenen drehen. Oder nur diesen mittleren, das ist egal. Würden dann das Ganze hier um 180 Grad drehen, sodass er hier vorne ist, auch richtig eingesetzt ist. Und das Ganze wieder runterdrehen. Noch einmal. Wenn der hier mit derselben Farbe über diesen Center-Stein ist, reicht es, wenn ich das Ganze einmal nach hinten drehe, den um 180 Grad nach vorne hole und das Ganze nach unten wieder einsetze. Dann ist der hier schon mal gelöst. Nun drehe ich den Würfel einmal um und würde jetzt mit L oder LW arbeiten, um den Stein hier unten einzusetzen. Ich brauche hier einen grün-weißen Stein. Den habe ich jetzt hier oben schon. Wenn der in der unteren Ebene ist, also hier, kann ich ihn ganz einfach, wow, ganz einfach nach oben drehen, in diese obere Ebene. Da mache ich nichts kaputt, denn im Moment habe ich ja nur den einen einzigen Stein hier unten gelöst, den ich eh nicht berühren werde. Jetzt drehen wir den wieder über diesen Center-Stein, wo wir ihn gleich hier einsetzen wollen. Und da dieses Mal der nicht stimmt, bewege ich ihn erst einmal nach rechts, sodass er hier bei diesem Würfel in Sicherheit ist. Denn wenn ich so wieder drehe, passiert diesem grün-weißen Stein nichts. Nun bewege ich einmal die beiden linken nach oben, sodass hier oben diese weiße Farbe übereinstimmt und bewege ihn nun nach vorne zu diesem grünen wieder. Wenn ich das gemacht habe, kann ich ihn einsetzen. Noch einmal. Ich habe diesen grünen-weißen, habe ihn über diesem weißen Center-Stein, wo ich ihn hier unten gleich einsetzen will. Er passt nicht von der Farbe überein. Das heißt, ich drehe ihn hier in Sicherheit auf diese rechte Seite, bewege den hier einmal nach oben und setze ihn nun an die richtige Stelle hier nach vorne wieder ein. Das Ganze wieder nach unten drehen, sodass hier nun dieser grüne Strich gebildet ist und auch diese Kantensteine zu den Farben passen. Weiter geht's mit diesem Kantenstein hier. Wir brauchen hier einen grün-orangenen Kantenstein. Den habe ich hier. Wenn der an dieser Seite mit Orange übereinstimmt, wie bei mir jetzt, kann ich ihn mit 180-Grad-Drehung einfach hier unten so einsetzen. Gar kein Problem. Dies wäre der andere Fall. Und zwar ist grün über dieser orangenen Seite anstatt dieser Orange über dieser orangenen Seite. Also, die beiden Farben passen nicht überein. Wenn ich den mit einer 180-Grad-Drehung nach unten bewegen würde, sehen wir, dass er hier falsch eingesetzt ist. Was wir stattdessen machen ist, wir halten ihn nicht über dieser Ebene, sondern wir halten ihn über diese vordere Ebene, so hier, und führen nun einen kleinen Algorithmus aus. Und zwar wäre das rw u r' u' rw' Wenn wir das so einmal ausführen, ist er hier direkt einmal richtig drin. Wenn wir jetzt also den hier drin haben, müssen wir diese Ecksteine lösen. Dazu nehmen wir uns einfach einen grünen Eckstein, der die Farbe Orange und Gelb hat, bewegen ihn an diese Position hier oben. Einfach mit einer U-Drehung. Das ist er nicht, denn er hat Weiß-Orange. Ich brauche Gelb-Orange. Hier. Das wäre er. Wenn ich ihn an dieser Position über dieser Eck habe, wo ich ihn hinhaben möchte, mache ich wieder einen ganz einfachen Algorithmus. r u r' u' Dies führen wir so lange aus, bis dieser Eckstein richtig eingesetzt ist. Denn wir sehen aktuell, dass Gelb nicht zu Gelb zeigt, Orange auch nicht zu Orange und Grün nicht zu Grün. Wir müssen den noch drehen. Also führen wir den Algorithmus so lange aus, bis das Ganze gelöst ist. r u r' u' r u' u' Wie wir jetzt sehen, ist er hier einmal richtig eingesetzt. Nun müssen wir den Würfel um 180 Grad drehen und das Ganze für diese Ecke hier unten links machen. Nur gespiegelt. Wir bewegen uns die Ecke, die hier unten hingehört, an diese Position hier links oben, einmal da oben drüber. hier habe ich den und führen das Ganze spiegelverkehrt aus mit l' u' l u l' u' l' u u' l' Wie wir jetzt sehen, ist der hier auch richtig drin. Somit haben wir jetzt hier unten einmal die erste Ebene komplett gelöst. sowie diesen U L eine tuc 1 2 1 2 und 4 be